Hallo ihr Lieben, heute geht es nun endlich los mit unserem ersten Projekt, den Grußkarten. Ihr braucht dafür ein dickeres Papier, zum Beispiel einen Pizzakarton, aber auch eine andere Schachtel ist gut zu verwenden. Ihr braucht Pinsel und Wasserfarben. Wer hat natürlich auch gerne Acrylfarben, aber das ist so, je nachdem was ihr so zu Hause habt, könnt ihr das einsetzen. Ihr braucht außerdem Stifte, zum Beispiel Feinliner oder Filzstifte und eine Schere. Wir starten jetzt erstmal damit, den Karton etwas kleiner zu schneiden. Und beginnen dann, die Farben auf die weiße Fläche zu malen. Ich kann sie erstmal ein bisschen anfeuchten, abstreichen, tupfen. Dann gehe ich in die einzelnen Farben, die mir selbst heute gut gefallen, die mir heute gut tun. Ich verwende eher hellere Farben, denn wir wollen die Fläche erstmal so als so eine Art Untergrund verwenden, auf den wir dann später noch malen können. Ich beginne jetzt, die Farben so ein bisschen in unterschiedlichen Positionen hier auf die Fläche zu tupfen. Am besten dabei gar nicht groß nachdenken, einfach die Farbe fließen lassen. Macht euch schöne Gedanken. Und kommt zur Ruhe. Zwischendrin immer den Pinsel gut sauber machen, damit sich die Farben nicht untereinander vermischen. Es sei denn, wir wünschen das. Ich mache hier noch ein paar Flecken in grün dazu. Also erstmal überhaupt nicht an irgendein Motiv denken, sondern tatsächlich die Fläche mit Farbe erstmal füllen. Ich versuche immer, die Flächen, die ich schon gemalt habe, nicht zu übermalen. Es sei denn, die sind richtig trocken. Da kann man dann auch mit einem bisschen wässrigeren Pinsel nochmal so ein paar Flächen füllen. Es dürfen natürlich auch weiße Stellen übrig bleiben. Und ihr könnt das streichen, ihr könnt das tupfen. Gerade so, wie es euch Spaß macht. Das ist das Wichtigste, dass ihr selber Freude daran habt. Denn das wird man eurem Werk später auch anmerken. Wer möchte, kann sich natürlich gleich mehrere solcher Vorlagen und Hintergründe anlegen. Dann habt ihr gleich für verschiedene Stimmungen und verschiedene Wünsche schon eure Grußkarten da. Ich habe jetzt noch eine zweite Vorlage angefertigt. Diesmal eher in Grüntönen. Ihr seht also, das darf wirklich ganz abstrakt aussehen und auch ganz unterschiedlich. Und damit sind wir für heute auch erst mal am Ende angekommen. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr noch ganz viele weitere Vorlagen vorbereitet. Denn morgen geht es dann weiter mit der Beschriftung, mit den Symbolen, die noch auf unsere Fahrflächen draufkommen können. Für Rückfragen und Feedbacks schreibt mir gerne einen Kommentar.